Ich möchte kurz vorstellen, Gausl, also Günterlein ist mein richtiger Name, Gausl ist mein Künstlername, heißt nichts anderes wie Günter aus Linz, ja, ist der Gausl. Hinten steht übrigens nichts, ja, also wenn ich mir ein paar Leute fragen, ja, also es ist... Und ich habe mir Folgendes überlegt, nachdem ich, ich bin an und für sich ja Kabarettist und auch ein bisschen Jongleur, nachdem ich die Medienwerkstatt in den zehn Jahren sehr viel jonglieren habe müssen, mit gewissen Dingen, habe mir gedacht, ich jongliere auch, aber hauptsächlich mit Bälle und stelle praktisch mein Jonglieren, also mit Bälle, also Verbindung zur Medienwerkstatt. Mit was müssen die alles jonglieren? Also das erste ist, ich habe noch gar nicht angefangen, naja, ich weiß es, es ist arg, ja. Nein, aber auf jeden Fall, also zwei Bälle mit rechts, das ist nämlich deswegen der erste Bezug zur Medienwerkstatt. 80 Prozent ungefähr in der Medienwerkstatt sind Rechtssender bzw. Rechtssenderinnen. Ja, weil ich gerade mit, da ist die Rechtssender schon klar, weil ich gerade mit der rechten Hand schon klar, 80 Prozent, das kann ich mir aber ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, haben Sie das zum Beispiel gewusst? Haben Sie das gewusst? Nein, gell? Nein, das können Sie gar nicht wissen, weil man es gerade zusammendenkt. Weil ich gerade mit der rechten Hand schon klar, die Rechtssender schon klar, übrigens die restlichen 20 Prozent, die Linkshenderinnen. In der Medienwerkstatt habe ich auch zwei Bälle mit links, schaut dann so aus. Moment, gleich haben wir es so. Das ist dann, nein, Entschuldigung, das sind die ungelehrten Linken. Nein, links ist dasselbe wie da herum, nur da herum. Also ist die Linkshenderinnen schon klar, das ist ja alles mit Gender, man muss alles aufpassen, dass man es gendermäßig macht. Nein, wirklich, das ist dann, gerade damals, die erste Berufsgruppe, die Gender eingeführt, da war die Gendermarie. Auf jeden Fall, Linkshenderinnen schon klar, ich bin ein Bi-Händer, also das ist beim Schokulieren immer recht gut, also Bi-Händer ist auch die leichte zwei Bälle schon klar, einmal links, einmal rechts. Und in der Medienwerkstatt ist übrigens ja so, da war ja vorhin gesagt der Umzug und auch wenn man so ein Fest organisiert, das ist, da geht es ja sehr hektisch zu. Also man muss schauen, wirklich, kommen alle Leute, wie kommen es ein, ein Termin, also sehr hektisch, das ist dann die hektische zwei Bälle schon klar, schaut dann ungefähr so aus, also extrem, für mich schon extrem hektisch, ja, ja, danke, das ist, danke, das ist, das ist sehr nett, in Wien habe ich den Trick auch schon mal gemacht, ja, da haben sie nicht nur nicht klatscht, da haben sie ihn geschnallt, auch nicht den Schmäh, also, da merkt man sofort den Unterhänden, also, und dann wird es ein bisschen gemütlicher, man feiert zehn Jahre Medienwerkstatt, man sitzt sich gemütlich zusammen, heucht ein bisschen zu, nachher gibt es ein Buffet, gemütlicher, zwei Balschenglas, schaut so aus, so, ganz gemütlich, kann man stundenlang so dahinten, ja, das ist wirklich, der einzige Nachteil bei der Nummer ist nur, man riecht relativ schnell, ob man sich braust tut oder nicht, so, aber heute glaube ich, ist sie immer extra braustfrei, also, es ist nicht so arg, aber eigentlich muss man sagen, gerade zehn Jahre Medienwerkstatt oder überhaupt Medienwerkstatt, da spielt es sich ja an, ja, sehen Sie, es ist ein Wahnsinn, wie es sich ausspielt, eins gibt es andere, es werden in der Medienwerkstatt, werden irrsinnig viel Sachen produziert, zum Beispiel, Fernsehsendungen, sehen Sie, da machen Sie wieder was, ja, das gibt es ja gar nicht, ja, die hundertste Sendung, jetzt schon ein Einblick, naja, das ist ja ein Wahnsinn, ja, eine Fernsehsendung, ja, dann gibt es ja nicht nur Fernsehsendung, machen Sie natürlich auch Radiobeiträge, also Fernsehsendungen, Radiobeiträge, das ist ja Wahnsinn, da ist ja, da spielt das ja, und natürlich gibt es auch Kurse und Ausbildungen, also Fernsehradio-Kurse, sehen Sie, also das ist alles in der Medienwerkstatt in Linz, ja, das ist in Linz, jetzt sagen natürlich die Salzburger, weil da gibt es ja keine Medienwerkstatt, sagen die, hörst du, habt ihr es in Linz, habt ihr es gesehen, das ist ja ein Wahnsinn, das ist eine Medienwerkstatt in Linz, ja, jetzt sagen die in Salzburg, na, wenn die in Linz das haben, jetzt wollen natürlich die Salzburger das auch, ja, sehen Sie, also das ist total interessant, Linz ist praktisch so ein bisschen ein Vorreiter, ja, interessant ist auch, warum heute so viele Leute gekommen sind, weil ich ein bisschen recherchiert, angenommen, der Ball in der linken Hand ist jetzt die Medienwerkstatt, sehen Sie, der Ball da in der linken, ja, und das da in der Mitte sind Sie, sehen Sie den, ich habe jetzt gerade keine Hand frei, aber ich zeig es Ihnen trotzdem, also, der orange Ball, gell, orange, übrigens möchte ich mich gleich entschuldigen, dass die Bälle orange sind, jetzt so kurz nach der Wahl, nein, nein, wirklich, aber ich habe es vorher gehabt, ja, also, ja, okay, und die haben sich ja verdreifacht, wie man das sieht, also, ja, das ist jetzt, auf diese Medienwerkstatt, warum heute so viele Leute da sind, das sind Sie, und die Medienwerkstatt hat zu Ihnen gesagt, warte, Moment, hat zu Ihnen gesagt, Moment, so, hat zu Ihnen gesagt, die Medienwerkstatt praktisch hat Sie heute so eingeladen, ja, und hat zu Ihnen gesagt, du oder Sie, je nachdem, kommst du heute zu unserem Fest zehn Jahre Medienwerkstatt, hat die Medienwerkstatt zu Ihnen gesagt, ja, so, sehen Sie, und Sie haben dann gesagt, ja, aber man kann sagen, die Medienwerkstatt hat Sie heute so richtig mitgerissen, ja, so richtig, und die hat auch in den zehn Jahren gehört, hat die Medienwerkstatt einiges bewegt, sehen Sie, da bewegt sich einiges, ja, und es ist so richtig, so richtig turbulent gegangen, so, auf, 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 den Trick mache ich so lang, bis ich einen Applaus kriege. Danke, danke für den spontanen Applaus. Einen Trick habe ich noch speziell heute für die Medienwerkstatt, und zwar drei Pälle von rechts, drei Pälle von links, da fällt mir eigentlich überhaupt nichts ein, ob ich zeigen, Herrwein kann. So, danke. Einen Trick habe ich jetzt, also eine Nummer habe ich jetzt noch, bevor ich dann so weggehe und dann nur einmal, zweitens nur einmal komme, und zwar, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, nachdem ich den Medienwerkstatt zehn Jahre geworden ist, habe ich mir gedacht, Folgendes, und zwar, ich werde jetzt mit fünf Pällen jonglieren, und werde jetzt mit Ihnen, dass ich länger mit fünf Pällen jonglieren kann, so was Sie klatschen können. Also ich schon klatsche fünf Pälle, Sie klatschen, wer es länger aushält, und in Wirklichkeit klatscht man natürlich nicht, dass ich fünf Pälle schon klatsche, sondern jeder Ball ist ein zwei Jahr, und da sind praktisch zehn Jahre fliegen dann, zehn Jahre Medienwerkstatt, und Sie applaudieren praktisch dann der Medienwerkstatt zehn Jahre, wenn man so zusammen denkt. Ja, das muss da einmal drauf kommen, ja, also, fünf, zehn, naja, ist eh walsch, ja, also, also, wie gesagt, fünf Pälle, und wir applaudieren praktisch der Medienwerkstatt, dass es zehn Jahre ist, und dass jetzt dann in die Pubertät kommen, und dass dann, ja, da wird es erst dann, ja, in der Pubertät, mein Bub ist auch zehn Jahre, also das geht noch, ja, aber da haben wir uns, fünf Pälle, wie gesagt, wäre es länger, wer glaubt denn, dass ich schaff fünf Pälle, vielleicht kurz die Frage, was soll ich nehmen, zwei Leute da drüben, danke, die, ja, danke sehr, wer glaubt, dass ich es nicht schaff, aha, da, ja, so, okay, aber die meisten haben jetzt noch eine ganz andere Frage, wenn mir es wurscht, ob ich schaff oder nicht, das sind jetzt die meisten eigentlich, oder, ja, ich muss sagen, und das motiviert mich jetzt irgendwie, also, das sind mir wurscht, ob es der Platt ist, schon oft. Nein, pass auf, mach es trotzdem fünf Pälle, und dann wäre es länger aushalt, und, wie gesagt, zehn Jahre Medienwerkstatt, und dann geht es los, man merkt es ja, wenn ich recht bleibe, schaue schon gleich fünf Pälle, und dann, nein, 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 schaue ich schon so bleibe, oder was, ja, nein, es waren erst drei, es waren nicht drei, aber super, ja, das, drei, wenn sie da oben sind, und dann, nein, muss schon, genau, da, wie gesagt, und jetzt dann, zehn Jahre Medienwerkstatt, ja, wa ha ha, ich hole zu langer raus, ja, 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 ja. Danke sehr, danke, danke. Sie haben Kroner. Ja, mein, mir ist wurscht, und Sie freuen sich. Es ist total wurscht, ob man das macht oder nicht, aber mir gefällt es einfach. So, jetzt, total gefährlich. Ja, nein, nein, jetzt, jawohl, super. Feuerfackel, einfache Drehung, feuerfackel, doppelte Drehung, jawohl, wollen Sie nur eine Drehung? Ja, okay, nur eine Drehung, und jetzt nur eine Drehung, okay, danke, danke.